Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ist das Battlefront. Mit mir alleine, Dunkelrex, ich begrüße herzlich. Wir versuchen uns einfach mal, zu snap. Wir versuchen einfach mal. Wir haben mal gedacht, machen wir mal eine Runde Kampfefe angreifen. Und ja, wir sind gerade ein bisschen am Start und wir versuchen wie gesagt ein bisschen was zu reißen. Ich kann nichts versprechen. Schade. 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 Ich wusste, dass wir da sind. Schade. 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 Das war's für heute. Ihr müsst wissen noch, dieser Kase spielte ich nicht gerne. Außer mit dem Zahn. Vielleicht haben wir den AT-AT bekommen. Und wir bekommen tatsächlich AT-AT. Imperial Walker Support Affirmative. Warnig! Enemy Bomber hat got a lock on our Walker. Achtung! 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 Was ist das? Ah, ich hätte nicht auf der Geschützer schlitten sollen Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah gut, da oben sitzt die 2, dann weiß ich nicht so Bescheid Was ist das? Was ist das? Was ist das? Los geht's Los geht's Ich hab den leider nicht gekriegt, aber... Das wird in Das war's für heute. Schade. Meine Mutter hat ja immer geschützt, fertig gemacht. Wenn ich mal schon mal ein bisschen wenig rede. Gut, ist mir leid. Aber wenn ich mich dann konzentriert, dann kann ich da leider nichts mehr. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das denn jetzt hier? Okay, ich hab's geholfen. 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 Das war's für heute. Oh, da kann man mit der Waffen natürlich nichts machen im Nahkampf. Ja, wir werden es mal eine andere nehmen. So, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir in die Schlacht. Vielleicht bekomme ich noch eine Chance auf Held. Wenn ich noch eine Chance hätte hier zu bekommen, das wäre echt gut. Gut. Da war ein Schlacht. Moment. Ich würde mal sehen, haben wir jetzt den Imperator dabei? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Jetzt ist das Gluttes. Das war's für heute. Ich bin ein Schuster. Ich bin ein Schuster. Ich bin ein Schuster. Jetzt ist das Sitzung. Das war's für heute. Alter, da kommen die alle von da. Aber wir haben ganz schön viele Punkte gemacht dadurch. Und auch 3 Kills. Kann ich mich echt nicht beschweren. So, weiter geht's hier. Weder als ganz normale Sturmtruppe. So, weiter geht's. 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 Schön. Immer gewonnen. Ich verabschiede mich für zunächst mal, tschau.